Hallo Freunde, es ist herrliches Wetter. Die Sonne scheint, es ist schön warm, wahrscheinlich einer der letzten schönen Tage des Jahres. Dementsprechend sitze ich drin und spiele Castlevania. Na komm her. Bam, bam. Also schnell das Level mal im Zocken, denn sonst steht bald bei mir irgendwann ein gewisser Herr Belmond vor der Tür und fragt mich dann, warum ich die Sonne meide. Da, du misst viel. Jupp. Hunchback Level. Jeder liebt das. Eine Uhr nehmen wir... Na... Du... Was war das eben? Oh, Peitsche. Peitsche. Verdammt mich. Unverwundbarkeit. Wunderbar. Nen, die hält ja lange an. Zack. Kabupf. 400 Mücken nehmen wir... Mh... Aua. Böse Wasserblasen. 700 Mücken nehmen wir auch. Wie ist... Aber sonst geht's euch gut. Au, au, au. Das zieht unge... Das war ungesund, ja. Und er will noch mal von vorne? Natürlich, er will noch mal von vorne. Und dann kommt er her und fuhr auf und dann halt nicht. Ah, die gehen ja eigentlich ganz schnell, die Kollegen. Kannst mich mal gerne haben, blöder Baum, Mann. Zack. Na warte, Bombard, wenn ich dich erwische. Komm mal her. Was war das, Gereben? So. Jo, ich hab ein Leben bekommen. Schnell durchlaufen. Schnell, 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 schnell. Blub, blub. Hey, der hat... Wieso war der auf einmal so schnell unten? Achso, die... Die Blubberblasen, die können sich... ...manchmal sehr schnell bewegen, wie man eben gesehen hat. Jetzt ist doch hier der Kollege gleich wieder oben. Au, au, au. Wer hat sich sowas nur ausgedrückt? Ach. Schnell drunter durch. Wow. Na los, schieß. Wie soll ich... Okay. Lauf, 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 lauf. Ah. Da. Die blöden Viecher sind grün. Die kann man nicht sehen, verdammt. Na komm, ich weiß doch, dass hier einer drin steckt. Na, jetzt aber. Wäre ja noch schöner, wenn wir schon Leute, die in Bäumen wohnen, leben lassen. Wo hat jetzt eigentlich noch gleich die Uhr drin gesteckt? Die bräuchte ich nämlich. Wenn ich die Zeit anhalten könnte, dann... ...würden die blöden Penner dann nicht mehr auf mich schießen mit ihren hässlichen Pfeilen. Da war sie. Okay, nehme ich auf. Und wieder 400 Mücken. Welche Währung ist hier eigentlich in Transsilvanien? Transsilvanische Dollar. Ne, da ist wirklich eine Bildungslöcke bei mir. Sag mal einer, welche... In welche Währung zahlt man da? Da. Ja. Könnten mich alle mal gern haben. Und jetzt komme ich durch, ohne getroffen zu werden. Ich glaube, mein Schweinchen pfeift. Und auch, danke, Frosch. Ne. Och, nun könnt ihr mich doch alle mal gern haben. Zack. Zack. Nein, meine 400 Transsilvanien-Dollar. Glaub ich, habe sie noch bekommen. Hm. Das Viechzeug. Okay, gehen wir da mal rein. Huch, huch. Habe ich das jetzt vergessen auszuschalten? Ich bin ja der schlauesten Einer. Nanu. Ah, Moment. Kapoff. Da, wo kam der denn her? Okay. Habe ich mir nämlich gedacht. Du kannst mich mal gern haben, Fledermaus. Und holladihüpp. Was, was, was ist das denn? Ernsthaft? Man muss dieses Item einfach lieben. Wo kommt der denn her? Zu dir komme ich gleich. Keine Sorge. So. So. Autsch. Komm her, komm her, komm her. Du hörst doch wegzulaufen. Ich krieg dich eh. Habe ich doch gesagt. Bosszeit? Hallo? Hallo? Na, 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 na. Der klaut im Herz. Ich werde ja verrückt. Habe ich ihn erwischt? Der klaut mir meine Herzen. Dem erzähle ich jetzt. Was zum Teufel? Oh. Er ist kaputt? Er ist kaputt, ist er. Yeah. Epische Heldenpose. Der zweite Abschnitt des Levels war ja gar nicht so schwer. Aber der erste mit den ganzen Hunchbacks und diesen Pfeilschützen auch noch dazu. Die spinnen hier alle. Na gut. Nächstes Level, die Medusa. War im Original das zweite Level, glaube ich. Ui, bin ich weit. Bis dann. Mir行. Und dann im Espa lapse, wenn es ist ja gar nicht mehr, okay? Also, wir warten. Wir warten. Was ist die Ausnahme?